Wir brauchen die Technologie, um zu wissen, wie man einen Baum mit einer Axt fällt. Unser Charakter hat anscheinend auch die Fähigkeit, verlernt Dinge zu denken, anstatt sie zu sagen. Who do you think you are? I'm the new graveyard keeper. Yeah, just ignore the fact that the ghost is standing right next to you. Tage alle miteinander, ich teste den Sound. Sie sind verbunden mit der Dixis Hotline. Ähm, es scheint alles gut zu funktionieren. Ja. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Spiel. Grapepeard Keeper. Ja, ich weiß eigentlich kaum was über das Spiel. Ich hatte es nur gesehen, ich fand es lustig, das, was ich bisher gesehen habe. Es ist ein Crafting Game, es ist ein weirdes Game. Und ich denke mal, wir starten direkt rein und schauen mal, wie das so ist. New Game. Also, das ist wirklich ein Spiel, in das ich mal komplett blind reingehe. It is ordinary day and our hero is hurrying home. Where someone very important is waiting for him. Even in everyday routine, there is a place for loving and feeling loved. Especially when you know that someone misses you. Interessant, dass mein Handy auch vibriert. What happened? Where is everything? Calm down. You've merely turned a page in your life. A whole new chapter waits you ahead. But I need to go home. Can I go home? There is always a way to get home. Hmm, let me see a new home. It's a graveyard. Does that mean I'm dead? It means you're a Gravecut graveyard keeper now. But I need to go home to my love. Then you need to be a good graveyard keeper. You should dig up Gary. He'll help you sort everything out. Huh? What a strange vision. What is this nightmare? Okay, let's find Gary. Ja, die Vision ist strange. Nicht, dass du auf einmal ganz woanders bist und plötzlich in dem Leben eines Graveyard Keepers. Nein, die Vision, das ist das, was daran strange ist. Wir haben hier eine Chest. Sie ist empty. Wir haben hier noch eine Chest. Die ist auch empty. Ich weiß nicht, soll ich den mit den Händen ausbuddeln oder was? The hatch is closed for now. Okay. Looks like a good place to work on making my home cozy. Then maybe I can finally stop dreaming about this skull. Was? Place for woodlocks. Not right now. Ich kann das Klo nicht benutzen. Die Hölle. Okay, ja, wir haben noch nichts zum... ...buddeln, äh, zu craften oder zum überhaupt irgendwas machen. Muss ich das jetzt echt mit den Händen machen? Okay. Buddeln wir ihn halt mit den Händen heraus. Holy Sart, I'm a Skull. Are you Gary? Why would you think I'm Gary? A man with a red eye told me that I need to dig up Gary. Red eye? I remember. Oh Sart. That's right, I'm Gary. How did you find me? The man told me that you'd answer all my questions. Oh, good, good, good. Manfred, let me ask you. Who are you and where the Sart are we? I must be reaniming. None of this can be real. Oh, you're the new Graveyard Keeper. What else do I remember? Let me think. I remember that sound. Let's go check it out. What sound? Den Klang einer Glocke? Everything is so strange. None of this makes sense. You know, I think it'll be better if I wait for you here. I definitely remember that bell and a donkey. A donkey? Okay. Something is very wrong with that animal. Hmm. He could be dangerous. I don't know. Donkey. You've unlocked a new technology and got donkey. Blueprint Donkeys of the World. Unite. Okay. Got a fresh corpse from the town. Wow, a talking donkey. Huh? You can understand me? Let's talk. Who are you? I'm a cheap laborer. This cart isn't mine. So I have to work for the capitalist bastard who owns me. Was wahrscheinlich ich bin. And I only earn five carats a day. This situation is deeply humiliating. You know where I'm coming from, right, comrade? Oh no, as a communist. Heh. The bastard pretends that he doesn't understand anything I'm saying. Anyway, I need to go back to the town. You get rid of this one and I'll bring you a new one. What a strange land this is. He has 100% life, but he is dead. Hey, what are you staring at? Grab that juicy corpse while it's still fresh. This is 100% fresh. What for? I feel like we should take it to the morgue. I don't remember why exactly. But I'm pretty sure it'll be fun and might be profitable. Okay, I'm going to puke. Let's do it. I like this place. Feels like home. Put the body on the autopsy table. Then what's next? Oh yes, slice some flesh from the corpse. That should be good for starters. What? No way. This isn't right. Sure, sure, it's not right. How could I forget? Maybe because I'm talking skull with amnesia. Is it right that you don't know where you are? Is it right that I'm a skull? Nothing is right here. So shut the star up and do what I tell you. You promise you'll tell me how to get home? You just need to trade the meat in the village tavern for a beer. What? Talking skulls never lie. Sure. It's okay. And then bring the beer to me. You have unlocked a new technology and got blueprint preparation place, blueprint palette and extract flesh. I think it's interesting, that we need for blueprints. Autopsy. Flash. Extract flesh, yes. Work. Also we need to use energy, but I don't see any energy. You have unlocked a new technology and got burger, sandwich, bake me, nein. Nein. Das sind nicht, das sind nicht die richtigen Zutaten dafür. That's disgusting. Yes. Also die Rezepte, nicht das, was wir da gerade gemacht haben. You get used to it. So what should I do with the corpse? I don't know. Let's bury it. Take the corpse. I'll wait for you in the graveyard. Können wir noch mehr Fleisch entnehmen? Nö. Take body. Das ist ein Eingang. Da. Let's bury it. Use a blueprint desk at the graveyard. Mark a side for the grave, then dig it with your shovel. Carefully put the body, or what remains of it, in the grave bury. Decorate. Das dekorieren, das ist am wichtigsten. Warning. Do not use goat skulls and upside down stars for decoration. Okay, ich muss ein goat skull finden. Das ist das, was ich dem entnehme. Ich glaube, hier liegen schon Leute drin, kann das sein? Ja gut, Graveside. Okay, was heißt das? Minus eins? Keine Ahnung, ich packe es erstmal hier unten hin. Und wieder zuschaufeln. Zack, zack, zack. Nicely done. Hmm, this burial certificate. I remember. Money. Alcohol. Alcohol. Hmm, I sure used to like it. A lot. Oh, sorry. Here comes the bishop. Help, he's your boss. Oh, oh, and I know. Ask him about this burial certificate. He should know something. I'd better leave now. I'll be in the morgue, waiting for my beer. Hop, hop, hop. Dear me, I'm so tired. Why? Why do I have to come here every week? Maybe because it's your job? Oh dear, the new keeper. Hmm, we've been expecting him for 30 years, but you pretend there's nothing wrong. I'm sorry to have to tell you this, but your graveyard is a mess. There is no way I'm promoting you to cleric until you fix it. Okay, okay. Current location. Important location information. The graveyard quality, the church appeal, etc. Prepare graves to increase the graveyard's overall quality. You'll probably need special resources to do that. Okay, Wooden Marker. Was auch immer dieses Symbol heißt? Yes, definitely mushrooms. Oh, he's waiting. What should I say? Why is it you come here? It's part of my duty, the unpleasant part. It's kind of an old tradition. I don't know much about all traditions and rituals. I'm just here to represent his might and glory. I have one tiny question. What is a burial certificate? Or what is this burial certificate? As soon as a body has been laid to rest, you can trade its burial certificate for money at the village tavern. Bishop's choice. New task. I'm not the keeper. I was going home from work. I need to go home. There is a talking skull. He forced me to butcher a corpse. Ho ho, a fine joke. I'm a humorist myself. Here's one. Who is BB? Who? Who is BB? I am, ho ho, blessed and beautiful. Ignore him. I fixed the graveyard. No, I didn't. How can I fix the graveyard? Just repair all the graves. It won't take me even an hour, but it's your job. Okay, ja gut, das ist dann das, was wir schon wissen. If you run out of repair kits while you're fixing the graveyard, you can always craft new ones. Okay. You've unlocked a new technology and got stone stockpiled and stone rock. Gathering, gathering, gathering. Crafting System, ja, das ist ein bisschen unübersichtlich jetzt für den Anfang, so wie bei vielen Spielen. Aber gut, da kommen wir noch hin. Was zur Hölle tut er da? Er hat ehrlich einen Spiegel dabei. Sondern schauen wir doch mal. Hier haben wir Wood Repair Kit, Stone Repair Kit und ganz viele Tools. Sind die jetzt alle ineinander gesteckt? Oder was ist damit passiert? Naja, wir tun einfach mal so, als wären sie ineinander gesteckt. Okay, wie repair ich Sachen. Ja, fix Gravestone. Machen wir am besten erstmal die, die besonders schlimm sind. Kostet aber anscheinend auch ein bisschen mehr Arbeit. Gut, das hat sich erledigt. Wahrscheinlich brauchen die hier Stone Repair Kits richtig. Dann können wir noch die fixen. Und hier oben ist jetzt auch unsere Energieleiste. Das ist auch Wood. Das hier ist wahrscheinlich auch alles Wood. Schon mal zumindest alles, was wir so an Repair Kits hatten, weg. Ja, und die Büsche und... Und ja, die verdorrten Büsche sind auch nicht gewollt. Okay. Aber dadurch kriegen wir immerhin Ressourcen. Was auch immer diese Ressourcen zu bedeuten haben. Gut, machen wir hier erstmal ein bisschen sauber. Bis unsere Energie wahrscheinlich ausgeht. Nieder-Technologie, um Bäume zu fällen. Ja, weil wir haben zwar eine Axt, aber wir wissen nicht, wie wir damit draufhauen können. Weil wir brauchen die Technologie, um zu wissen, wie man einen Baum mit einer Axt fällt. Ein ganz schön weiter Weg ins Dorf. Eine Taverne. Eine Katze! Da komme ich aber... Ach nee, ich muss hier rumgehen. Mir alles andere erstmal egal. Ich will zur Katze. Aber ich glaube, da komme ich nicht rein. Verdammt. Wer gehört das Zimmer? Wen muss ich oben bringen? Welcome to the Dead Horse Tavern. I'm Horadric. How can I help you? I came from the Graveyard. I woke up here today. And things have been crazy since then. Whatever. Oh, sorry. How could I not have recognized you? Good. This is good. Things are looking bright. Wait for a small village. When are you planning on opening the church? I need to fix the graveyard first. Sure, sure. It's been a while since anybody took care of it. So let's get down to business, shall we? How can I help you? The bishop told me that you would buy my burial certificates. Yes, he's right. Yes, he's right. As the head of the village, according to the ancient contract, I have to trade it for money. Of course, only I have any money. What do you mean? The village is going through hard times. We are short on money. So he has made a monopole. But as soon as you open the church, pilgrims will bring lots of shiny coins to the village. Do you know how I can get back home? Can you tell me where I am? Because I really need to go home. My darling will be so worried. Heh, whatever. You're at the dead horse. Okay, it looks medieval. Maybe I travel through time. And what year is it now? Heh, whatever. Year? What do you mean? The time it takes for the earth to make one revolution around the sun. Oh, you've been listening to the astrologer's nonsense. Everybody know that the earth is flat. But I get you. It's 200 after the ancient contract. And 210 after, hmm, never mind. And what is the name of our beloved kingdom? The kingdom? And it is definitely not beloved here in the village. Do you have any other questions? I'd like to trade you some fresh meat. Meat is a delicacy. In our village, I'd be glad to buy it. I just need to see the royal meat stamp on it. Many years ago, there was an accident with an inappropriate meat. Ever since, all meat must be approved by royal authority. And I don't need any trouble with the town. Does your meat have a stamp? No. I don't even want to know where you can get unauthorized meat. But wow, it really looks good. Mm-hmm. But without a stamp, my hands are tied. Where can I get this stamp? Oh, you can send a form to the royal court through the mailbox near your church. But it'll cost you a bundle. Never ever buy meat from a graveyard keeper. But there's another way. I'll tell you just because we're neighbors. Come closer. Not even if it's a stamp. I would never buy a... Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. There's this guy called Snake. I think he has a fake royal stamp. But to be honest, I haven't seen him for a while. You can ask Miss Charm. She comes here every... I bet she can help you to find Snake. Thanks. Ja, gut. Oh, keeper. Could you kindly take this letter to our local blacksmith, Cresswald? Sure. Where can I find him? The south-eastern corner of the village. What the fuck? Miss Charm. We've unlocked a new technology and got Blueprint Miss Charm Monroe. Was? In which case is this a Blueprint? Yeah, good. Hi. What do you want? I am a graveyard keeper and I want to ask you some questions. I see. You know how many times a day I hear that same mumbling. I have no time for you, little man. Come back when you have more faith in yourself. But... Ciao. Hail, French. Can I have a moment? What did Miss Charm tell you? Literally to go away. Oh, they're so classy. She would never talk to just anyone. I'm not just anyone. I'm the local graveyard keeper. Soon to be prior of the local church. Okay, they had this very quickly accepted. Oh, how primitive. I'm a well-known poet in certain small circles. My name is Wagner. One day I'll read my poem to her and then we'll. But first I need to write it and I am catastrophically out of paper and ink. Maybe you can get me some. So viele quests. Herc, journalist. Okay. Mit einer Kamera. Ich weiß gerade nicht in welcher Zeit wir leben, weil irgendwie ist es alles medieval-like, aber irgendwie auch sehr viel modernes Zeug. Und wo kann ich das finden? You may have some of it in your church. Or you can make it. I'm just not used to manual labor. But a skillful man such as you can surely do it easily. Also, you could get some from the old astrologer. He used to go to the lighthouse every- He was my supplier before we had this ridiculous fight. Okay. He's an old man, he's old and mad, whereas I've been studying for three, almost three years, at the town university. Can you believe he turned out of me to be an idiot? He told me that the earth was round? What nonsense. Uh, actually, it is round. Oh god, you should definitely meet him. The mad astrologer and the graveyard keeper. Two wise men. Hmm. Hmm, that could make for a pretty funny boy. The astrologer must be the smartest man around. Maybe he'll be able to- He will be able to help me get back home. Mine a few days. Heute ist irgendwas auf meine Zunge gefallen. Ask about the lighthouse. It's on the cliff to the east of the village. It hasn't seen active use for a while. Bless the dead horse for staying open. One day I'll write a poem about this place. Maybe even a couple there in the boat to you. Okay, whatever. Miss Jane. Miss Charm or Miss Jane. You must be the new graveyard keeper. Sir, I've been told, but how did you know? Oh, if you live as long as I have, you'll probably learn how to read people, too. But where's my manners? I'm Mrs. Jane. Frederick's wife. Nice to meet you. I have a few questions about- Oh, whoa, you better talk with my husband. He's in charge around here. He's not only the tavern keeper, but also the elected head of the village. Besides, he really does like to talk. All I can do is sell you some recipes. Hm. Ja, gut. Dann gehen wir doch erstmal zum Blacksmith, der irgendwo hier unten rechts sein soll. Ich weiß nicht, ist das sein Haus? Oder geht's hier noch weiter runter? Nee, ich glaub, hier geht's aus dem Village raus. Da müsste er... Ich mein, das sieht nicht aus wie ein Blacksmith. Das sieht eher aus... Hier oben ist, glaub ich, eher der Blacksmith. Oder hier? Ja, das sieht eher nach Blacksmith aus. Da ist er doch. What are you staring at? Nothing, just looking around. I think I'm the keeper of the local graveyard. Jetzt bist du auf einmal nicht mehr so sicher. Gerade so verkündet. Ja, ich bin hier der Graveyard-Keeper. Und bald werde ich auch zum Churchleiter aufsteigen. May I ask you who you are? Unfortunately, yeah. I'm the local Blacksmith. My name is Chris Holt. Ich find das nervig, dass das nach einer Zeit automatisch weitergeht mit dem Text. Aber gut. Give him the letter. I have a letter for you from Horeidric. A letter, of course. One minute away. And he can't be bothered to come himself. I guess old habits never die. Thank you, sorry for my nagging. It seems it's my new habit. Slimes again. Oradric has asked me to get rid of them. I don't have the time for those pesky little green bastards. But maybe you can help. Take this rusty sword. And an energy potion. The sword is broken. But you can repair it with a whetstone. On the grinder right behind me. You can keep the whetstone. Maybe you'll need to repair your shovels sometimes. If you manage to kill them. Bring me their remains. And I'll spare you some materials. They should be right up there on the side of my house. Near the puddles. Craft. Grindstone. Sword. And whetstone. Work. Gut. Hat ja gut funktioniert. Wie kann ich so ein Energy Potion nehmen? Use. Good. Work. Und wie rüste ich das jetzt aus? Stand das gerade im... Hm. Gut. Äh. Options. Ne. Tutorials. Controls. Controls ist es wahrscheinlich eher. Attack with a sword. Space. Okay. Da muss man auch aufpassen, dass man nicht zu häufig schwingt. Weil es ultra viel Energie kostet. Defeated the slimes. Good job. Take this whetstone. Just shout me your broken tools. And they'll be as good as new. You've unlocked a new technology. And got green jelly. Red jelly. Ask him where to find metal ore. You know what? I like to work with metal myself. Where can I find some ore? Or you can find metal ore in swamp soil. There's a huge swamp to the west across the river. I used to collect ore on there before the bridge collapsed. You've unlocked a new technology. And got blueprint furnace. Create iron ingot. And gatherings from iron. Dann schauen wir doch mal, wie wir hier drüber kommen. Ich weiß zwar nicht, wofür ich Eisen brauche. Aber wo wir sowieso schon mal hier in der Nähe sind. Was ist das denn hier für ein Obdachloser? Das erinnert mich gerade alles irgendwie so ein bisschen an Stardew Valley. Weil die Charaktere sind sehr ähnlich. Ich glaube, da wurde ein wenig Inspiration abgegeben. Dieser Mann muss verrückt sein. Du denkst, dass ich verrückt bin? Nein, ich glaube nicht. Ich versuche nur, positiv zu bleiben. Und ich weiß, was wirklich wichtig ist. Was? Du denkst, dass er das verstehen kann? Nein, er wird nicht. Weil er es nicht sehen kann. Okay, dann erzähl ich ihm ein süßes Wein. Die einzige Dinge, die wichtig sind. Pies und Herbst und schöne, süße Dinge. Süßes wie Hüttel. Bring mir ein bisschen Hüttel und ich will dir, wie ich ein Keg machen kann. Keg ist das beste. Ich würde gerne erstmal irgendwie runter in den Swamp da kommen. Kann ich hier einfach runterspringen? Jump. Okay, da vorne ist eine Schranke. Guten Tag. Ah, der Tone ist closed. You need a Town Pass. Habe ich nicht. Na gut. Dann würde ich noch sagen, gehen wir erstmal zurück zu unserem Graveyard. Und gucken, ob wir den irgendwie weiter in Ordnung bringen. Wobei, kann ich irgendwo meine Quests sehen? Known NPCs, Technology, Map. Hm. Wir müssen mal gucken, wie wir Papier und Ink herstellen. Ich glaube, das ist der nächste Schritt. Psst, ich bin hier. Wo hast du been? I was at the village. This place is so weird, but it feels so real. And everybody is okay with me just peering out of nowhere. Sir, you're stealing my thoughts. Stealing, I remember there's a cellar in your cottage. Some provisions must be stored there. Okay. What wheat exactly? I remember baking bread from it. And pies. Mmm, sweet berry pies. Toast, onion toast. Oh, that's good with beer. Sir! You know what? I need a beer. This is beginning to feel like a one-sided relationship. Bring me beer and I'll tell you a lot of important stuff, like how you can get home. Questions? How can I get home? Yes, can you tell? It was rhetorical. Do I look like a magic cat with answers? Well, technically, yes. Sir, you smartass. I'll be waiting for that beer at my place. No beer, no answers. Goodbye. Good, we can here a few bears. But I don't know what it brings. Pils. Here we can build. Place for stones. Tutorial building. Use a blueprint desk to access the building interface and start building or removing an object in the area. Some objects will be built immediately. Some of them will need a little extra work with your hammer. This will spend time and energy. Yeah, good, aber wo kann ich denn craften? Also, wo könnte ich jetzt Papier craften? Hier kann ich Essen machen. Oh, sliced meat. Das bringt mir aber nichts. Ich kann in den Keller hinein. What's that sound? Ich komme hier, Revenue Knight, if I have to. But I'll get through eventually. Perfekt. Looks like I can remove this blockage and fortify the Ark. Ja, wenn ich die Sachen dafür hätte. Wie kann ich denn Energie generieren, außer durch Potions? Kann ich mich schlafen legen? Ja, kann ich. Und dann geht natürlich Zeit schneller rum. I'm so refreshed. This is not good. Not good at all. Who do you think you are? I'm the new graveyard keeper. Yeah, just ignore the fact that the ghost is standing right next to you. Hooray, a keeper. Wow. I've been here for... How long? I'm Yorick. I'm so lonely. Poor, poor bee. It's too bad you're here. Wait, no. No, on the contrary. I'm very glad to see you. But we do have a rather unpleasant fellow, Burritude. We'd really like to have a new neighbor instead. That sound like something you can help us with? I'm not exactly sure why I am here, actually. Gary only told me about burying putties. You are Yorick and he's Gary. Funny. Oh, the half-dead skull. The jealous bastard. True-ho-ho. He can only dream of what a peaceful rest we are having. Who am I kidding? It's terrible here, especially that guy down in the lower right corner grave he saw me. Could you just get rid of him? Just seek him up and throw him in the river. I can even give you this license that I stole back when I was alive. Exhumation permission. You're such a dummy. To dig up a corpse, you need a license. The old keeper used to buy them through the mailbox near the church. Okay, then grab we now out of the house. Is that the guy here? He said in the bottom right corner, right? I hope it's the right guy. Where is the river? Can I not just send him to mail or so? Express-zustand. There is the river. What do you think you're doing here? The ghost asked me to get rid of this buddy. So what? Now you're just going to do everything he asks? It's not like he can do anything to you. He's disembodied. Where else I can bite you to death while you're sleeping. Of course, I'd never do anything like that because we are friends. But you get my point, right? Anyway, if you ask me, the best way to get rid of a buddy is to burn it. Do you know where that river leads? The river? Somewhere down to the town. I think. How can I burn a buddy? You know what? You're one of those guys who look a lot smarter than they actually are. Thanks. That's what I'm talking about. You need fire and some woosh. It's a bit tricky to make the whole thing burn to ash. Where can I burn it? You'd need a nice, quiet place like the place I use for my meditation. Across the road from the mortuary entrance near the cliff. Each important character who the graveyard keeper meets will appear on the character screen. The character's relation from 0 to 100 is shown below the character. The tasks related to a character are listed to the right of the character. Some services require a certain level of... I still need paper and ink. The royal service box will start working once the church opens again. Wie kann ich denn craften? In der mortuary vielleicht? Mortuary desk broken. Repair desk. Machen wir einfach mal. Okay. Das ist nur das für die mortuary, aber egal. Früher oder später werden wir das Ding eh brauchen. Corpse hatch. Dafür brauchen wir Stein. Kann ich hier einfach so Steine abbauen? In der Tat. Technologies. Kann ich hier irgendwas schon erlernen? Great wood billet sawing. Das klingt doch gut. Unlock. Stoneworking wäre wahrscheinlich auch... Also ich sollte wahrscheinlich erstmal ein paar Sachen anlocken. Und dafür brauche ich die roten Punkte. Und die habe ich ja im Keller bekommen. Als ich aufgeräumt habe. Bis ich keine Energie mehr hatte. Recipe. Simple and tasty. Okay. Wie erlern ich das? Use. Baked mushrooms and baked apple. Story. Kann ich nicht usen. Ja. Das muss ich ja auch handeln. So. Was können wir denn jetzt lernen? Firewood. Stone working. Mining. Ja. Aber das ist... Eigentlich habe ich das ja schon, oder? Ja. Ne. Ich habe es nur im Swamp wahrscheinlich. Machen wir mal Mining. Klingt ganz sinnig. Ach. Hier sind auch noch verschiedene Punkte. Das eine ist gerade was wert in Building. Haben wir immer noch Theology. Book writing. Farming and nature. Okay. Aber trotzdem. Wo crafte ich denn? Ich kann hier irgendwie nicht mit der Hand craften. Kann ich hier irgendwas machen? Saw horse. Das klingt doch ganz gut. So einen Dicken haben wir noch nicht. Platzieren wir es erstmal hier hin. Das heißt wir sollten auch so ein bisschen unseren Garten aufräumen. Dass wir hier auch genug Platz haben. Ist meine Schaufel kaputt? Oder warum kann ich die nicht? Ach doch. Ich muss es nur von hier machen. Hier können wir ein Woodbillet und ein Flitch craften. Wenn wir einen Lock haben. Oder einen Wooden Marker. Ich fahre mir erstmal ein bisschen meinen Garten auf. Können wir denn hier einfach so Bäume fällen? Ja, können wir. Andere Frage ist, wachsen die nahe? Oder ist das jetzt einfach Garten? Okay. Zählt das, wenn das da drin liegt? Ja. Ja gut. Gucken wir uns erstmal ein wenig weiter um. Was haben wir hier vorne? The Garden. Property in Far Feature. For commercial use, contact the tavern owner, Horredrick. Hier können wir wahrscheinlich Wasser holen. Wofür wir das jetzt auch immer brauchen. Aber ich leg mich erstmal ein bisschen schlafen, weil... Ich brauche wieder Energie. I'm so refreshed. Good. It's much nicer without him at Graveyard. I'm still so sad, though. I'm so lonely. I was bad when I was alive. I should have been a better person. I should have been a better person. What do you mean? We're dead, but we still deserve some respect. Oh, fine. I tell you. Each corpse is a soul's vessel. It bears the mark of his life, since our... And good deeds are... Even the best decorations can't make Graveyard a peaceful place, when it is full of... I'm not sure that I understand what you're talking about. I'm sure you don't. You better take a good care of the Graveyard. I'll be watching you. I can't do anything. I'm so sad. Tutorial Graves. All human remains have their own unique spiritual attributes. A corpse gets its... From its body parts. You can change a corpse's... By removing organs and embalming. The main way to increase your Graveyard's... Is to decorate Graves with objects that have more... Each line that has both... Counts as one... Lines that have... Never count. But you need to fill them with... To reach... Lines. It's a sad feel... And I don't know if I understand that so well. But... Es wird sich wahrscheinlich in der Praxis eher ergeben. Oh Gott, ist es neblig. Ich sehe nicht, wo ich hinlaufe. Wir reparieren mal alles, was wir so gerade reparieren können. Das sind wahrscheinlich ja eh noch die Basic-Sachen. Was benötige ich denn für Repair-Kits? Wo kann ich Repair-Kits überhaupt herstellen? Read. This area is closed due to Kultus' Activity. Please address any concerns to the Inquisitor. Krematorium. Na gut, wir haben noch kein Krematorium. Ich habe keine Ahnung, wo ich Repair-Kits herstelle. Aber wahrscheinlich... Benötige ich dafür... Irgendwas hiervon. Hm. Ich meine, ich hätte hier doch auch gelesen beim... War das bei Building? Woodworking hier? Das sieht doch aus, als wenn wir hier... Diese Repair-Kits herstellen. Create-Wood-Repair-Kit. Dafür brauchen wir 20 von dem roten Zeug. Das heißt, wir fällen einfach mal viele Bäume. Bauen ein paar Steine kaputt. Hier, wir können nur kleine Bäume fällen. So, 20. Jetzt können wir Woodworking-Land unlock. Wo lernen wir denn ein... Hier, Stone Repair-Kit. Dafür brauchen wir 15 und 5. Aber die andere Frage ist, wie stellen wir das jetzt her? Oder wo stellen wir das her? Wahrscheinlich an der Carpenters Workbench. Dafür brauchen wir Holz und diese komischen Scharniere. Das heißt, wir sollten wahrscheinlich auch eine Furnace oder sowas bauen. Hm. Ich weiß halt nicht, wo wir die Simple Iron Parts herbekommen. Die müssten wir ja rein theoretisch auch irgendwie herstellen können. Wahrscheinlich nicht beim Stone Cutter. Wahrscheinlich eher hier bei Smithing. Ja, hier. Wir brauchen ganz viele von diesen roten Teilen. Ich weiß nicht, wie wir das am besten herstellen. Das heißt, am besten, wir gehen jetzt einfach mal in die Wildnis und farmen ganz viele Ressourcen. Kann ich auch mehrere hiervon fragen? Nein, kann ich nicht. Doch nervig. Wahrscheinlich gibt es hinterher so Karren, die man machen kann oder so. Gott. Schon eine neue Leiche. Ich bin auch noch gar nicht so weit. Meine Güte, lasst mich erstmal andere Sachen machen. Leider mit. Kann ich die nicht da reinwerfen? Wofür habe ich dann diese Hedge gebaut? Ah, na gut. Nein. Jetzt habe ich die Leichte raus vergessen. Ja, wir haben noch ein freies Grab. Da können wir ihn doch reinschmeißen. Zack. Einfach zuschaufeln. Fragt mich, wie viel Holz ich hier drin überhaupt lagern kann. Scheint einiges zu sein. Hier oben haben wir auch Kupfer oder sowas. Was soll das denn? Nordenacht Energy. Na super. Dafür habe ich ja eine Energy Potion. Badwing. Ich komme hier nachts einfach irgendwelche Viecher angeflogen, ey. Iron Ore. Ist schon mal ganz praktisch, ein bisschen davon zu haben. Das ist schon mal ganz praktisch. Dann zum nächsten Mal. Bei euch. Untertitelung des ZDF, 2020